Am 12.3. ist es soweit. Unser Spiel gegen die ESG Gensung Felsberg steht an, wo es wahrscheinlich mit in den Aufstieg geht. Wir freuen uns euch alle in der Halle zu sehen, dass ihr uns unterstützt. Das auch ein gutes Spiel wird. Mit dem Ticket, was ihr beim Derby bekommt, könnt ihr auch gerne in die Sportsbar kommen, die Auswärtsspiele der MT Melsungen in der Bundesliga verfolgen. Mit uns, dort kriegt ihr auch ein Freigetränk dazu. Es bietet sich an, schaut Handball mit uns. Wir sind auch mit dabei.